Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 26. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 681 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Muldenkipper, keine Klicks mehr, Hangout, Fritz App WLAN und HiSuite. Ich beginne gleich mit einem Muldenkipper. Und was hat ein Muldenkipper mit einem Technik-Podcast zu tun? Na ganz einfach, heutzutage fahren nicht nur E-Autos rum und E-Bikes und E-Trottinette und alles mögliche, E-Einräder. Was gibt es da noch? Ja, was es halt alles so gibt, heute fahren auch Lastwagen so rum. Da hatten wir auch schon das eine oder andere Thema mal und auch ein bisschen was Größeres und zwar Muldenfahrzeuge. Also richtig riesengroße Gefährte. So, ja, alleiniges Gewicht vom Muldenkipper selber ist 45 Tonnen und da kommt dann irgendwie 65 Tonnen Material obendrauf. Ihr könnt euch das wahrscheinlich nicht vorstellen, ohne dass er euch die Bilder nicht angeklickt hat. Und wo steht der grösste E-Fahrzeug-Muldenkipper der Welt? In der Schweiz anscheinend, in Biel, das ist ziemlich genau in der Nähe von hier, wo ich wohne, respektive da, wo meine Frau arbeitet. Und da gibt es einen Steinbruch. Da wird Schlamm und, äh, nicht Schlamm, was ist es? Kalk, doch Kalk wird runtergeholt. Und dafür muss der Muldenschlepper zuerst mal ein 13% Gefälle Steigung hochfahren. Und beim Runterfahren durchs Bremsen und die Rekuperation wird die Energie wieder aufgeladen und zwar so viel, dass er einen Überschuss hat. 20 mal 200 Kilowattstunden Überschuss an Energie, was 77 Megawattstunden pro Jahr sind. Da wäre es spannend zu wissen, was man damit macht. Aber noch viel spannender ist, 130 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr wird eingespart. Nur durch diesen einen, ja, Mulden-Dingsbummens da. Tolle Geschichte, wie ich finde. Ich muss, glaube ich, mal mit meiner Frau, wenn sie arbeiten geht, nach Biel. Nicht ganz so toll ist die Geschichte von Google. Die ganzen Werbetreibenden, aber auch die Privaten, die Blogs betreiben und so weiter, haben ein grösseres Problem mit den Social Networks. In welchen lang gab es reichlich Traffic durch die und jetzt kann man das nur noch mit Bezahlung bekommen. Da in die Richtung geht es bei Google leider auch. Man kann natürlich bezahlen und kommt dann vorne dran und kriegt auch den einen oder anderen Klick mit. Doch wer das nicht kann, ist langsam aber sicher am, ah, ich spreche es mal nicht aus. Denn über 50% der Suchanfragen bei Google enden nicht mehr bei externen Webseiten. Der Kunde sieht das Resultat, wie zum Beispiel, wer ist J.R. Tolkien, schon im Suchergebnis. Somit wird Google eben nicht nur zur Suchmaschine oder wurde Google von der Suchmaschine zum Content-Anbieter und bringt die Resultate schon vorab. Ich habe ja immer schon gesagt, wenn wir alle das Ganze nach Google-Norm raushauen, irgendwann saugt uns Google den Content ab und das tun sie eben gerade gleich. Ja, mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird und wohin das Web geht. Vielleicht müssen wir doch alternative Suchmaschinen verwenden. Und zwar alle. Dann wird es wieder besser. Oder auch nicht. Gehen wir weiter und bleiben bei Google. Chaos um Hangout. Mögt ihr euch noch erinnern? Damals, es gab ihn den Google Talk. Das war ein, ja, nicht guter, aber es war zumindest, ja, so im Nachhinein gesehen, der wahrscheinlich beste Messenger aus dem Hause Google. Google Ways? Nee, es war ja kein Messenger, das war eine Plattform. Aber ja, auf jeden Fall, Hangout wurde ja getötet und zwar schon zum zweiten Mal. Dann hat man ja vor eineinhalb, vor zwei Jahren circa Hangout quasi den Todesstoss verpasst mit dem Duo Allo und Duo. Das ist ein blödes Beispiel mit Duo Duo. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ja, die beiden, die sind jetzt auch Tschüss, weil irgendwie hat das nicht wirklich geklappt. Zumindest nutzt die selten bis keiner. Und ja, jetzt wird Hangout doch noch nicht wirklich begraben im Herbst diesen Jahres. Der Nachfolger will sich verschieben auf Juni nächsten Jahres. Also bei Google hat man es überhaupt nicht mit Messengern. Aber das wissen wir schon lange. Mal schauen, was da noch in die Bresche springen wird. Dann habe ich gute Neuigkeiten für all diejenigen unter euch, die eine Fritzbox haben und FritzApp WLAN nutzen. Man muss nicht nur, man muss nicht eine Fritzbox haben, um die App zu nutzen. Mit der App könnt ihr unter anderem euer WLAN ausmessen und schauen, wo, dass ihr einen besseren Repeater platziert. Und die App ist nun jetzt iOS 13 kompatibel. Also für das kommende iPhone OS und iPad OS. Obwohl iPad ja dann ein neues bekommt. Aber ja, für das kommende iOS kompatibel. Da gibt es so zwei, drei kleine Sachen. Wer, wenn es interessiert, wer die App nutzt, sollte den Blogpost auf dem pokipsi.ch Blog mal ein bisschen genauer durchlesen. Und ja, zu guter Letzt, ich habe euch vor zwei Wochen, als ich das letzte Mal dran war mit dem Podcast hier in der Daily, auf einen Backup-Artikel hingewiesen, wie man Backup von Samsung-Smartphones macht. Wer damals dachte, interessiert mich nicht, ich habe einen Huawei, für den habe ich jetzt einen Link. Auch da gibt es Möglichkeiten. Der drei habe ich in einem Blogpost geschrieben. Mir ist, wie ihr ja sicherlich schon mitbekommen habt, hier in der Daily, aber auch im Geek Talk News Format und in Unterkategorien, das Thema Backup ein sehr, sehr wichtiges. Und deshalb möchte ich das auch hier in der Daily erwähnt haben. Gut, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Es freut mich, dass ich mit euch den Wochenstart bestreiten durfte. Morgen geht es weiter, wenn ihr mögt und ja, wir hören uns wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.